Wer suchet, der findet. Heißt, glaube ich, irgendein altes Sprichwort. Wie die Suche in Teams funktioniert, du sie zu deinem Vorteil ausnutzen kannst und was es mit diesem genialen Suchfenster auf sich hat, sage ich dir und verrate ich dir nach dem Intro. Servus und Hallo, mein Name ist Kai Osthoff von Osthoff Innovations und wir kümmern uns in euren Unternehmen um Microsoft 365 und Azure. Vergesst nicht, die Abos zu machen, Glocke zu drücken und so weiter, damit ihr keines der coolen Videos mehr verpasst. Lasst uns direkt einsteigen in das Thema, wie funktioniert die Suche in Microsoft Teams und dann noch einen kleinen Ausblick mit einem kleinen Microsoft Teams Lifehack. Also, springen wir direkt mal hier in den Teams Client rein und ich habe hier den Teams Client von meinem Test-User Diego offen und ich möchte euch mal hier oben ganz gerne die Suchleiste näher bringen. Ihr habt also hier oben die Möglichkeit, einfach nach irgendetwas zu suchen. Habt ihr es vielleicht schon mal probiert? Einfach, ich tippe mal Pricing ein, drücke Enter und bekomme dann auf der linken Seite, ich habe hier mal nach rechts, alle Ergebnisse angezeigt, auf die ich berechtigten Zugriff habe. Also, nicht natürlich aus privaten Kanälen oder Teams, in denen ich gar nicht mitgeblieb bin und so weiter und so fort. Bekomme jetzt hier also die Nachrichten angezeigt. Und ihr seht hier, okay, Pricing Guidelines for, jetzt machen wir mal hier vorne ein Betreff ran, Betreff, Doppelpunkt und schauen mal dann, was passiert. Oh, nichts mehr. Betreff, Doppelpunkt, Sprinter. Und ihr werdet schon sehen, okay, Betreff kennen wir natürlich aus Outlook. Da haben wir eine Betreffzeile innerhalb einer E-Mail, aber natürlich auch in Teams. Also, nochmal, was ist der Betreff in Teams, in einer Unterhaltung? Wenn ich hier eine neue Unterhaltung erstelle und hier unten reinklicke und jetzt einfach direkt drauf los tippe, dann habe ich natürlich keinen Betreff. Wenn ich aber eine neue Unterhaltung erstelle, STRG, SHIFT, STRG, Umschalt und X auf der Tastatur drücke oder hier unten eben diese Formatierungselemente anklick, dann kann ich hier oben einen tollen Betreff ergänzen. Pricing, Testnachricht, teste, gerade die Suche. Okay, und schwuppdiwupp habe ich diese Möglichkeit, einen Betreff zu ergänzen und innerhalb der Unterhaltungen sieht alles viel pfiffiger und schöner aus. Jetzt kann ich hier oben wieder reingehen, mache nochmal Betreff, Doppelpunkt, Pricing und schaue mal, wie schnell die Suche ist. Zadab, findet auch schon den neuen Eintrag. Hier kann ich dann auf der linken Seite, ich mache das nochmal, Pricing, check, ohne Betreff, dass wir mehr Suchergebnisse haben. Habe ich hier auf der linken Seite die Möglichkeit, auch noch Filter zu setzen, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte nur Nachrichten sehen von Megan zu diesem Thema oder zu diesem Stichwort. Oder ich möchte nur Nachrichten von Megan sehen im Bereich dieses Jahr zu diesem Thema mit einer Anlage. Auch nicht schlecht. Also hier kann ich meine Filter richtig cool ergänzen. und erweitern und zum Beispiel auch sagen, ich suche jetzt nur nach Nachrichten, wo ich erwähnt wurde. Irgendjemand hat mir geschrieben zum Thema Pricing, Urlaub oder Sprinter. Also suche ich mal Sprinter im Betreff und sage, nur meine Erwähnung findet er jetzt natürlich nichts. Und ich gehe nochmal zurück, sage Pricing, aha, klicke auf weitere Filter. Ich kann die also hier kombinieren und die Kombination ist immer und, also nicht oder, oder Kanal, sondern immer und. Also ich sage, okay, zeige mir bitte alle zum Thema Pricing, die eine Anlage haben. Ah, finde ich nur noch diesen Eintrag, klicke drauf und bekomme dann rechts, springt mir Teams automatisch zu der richtigen Nachrichten. Ich kann genauso nach Mitgliedern suchen. Also Lydia, drücke Enter und dann bekomme ich eben das hier auf der linken Seite angezeigt. Oder ich kann einfach nach Dateien suchen, in denen jetzt zum Beispiel dieser Begriff Lydia vorkommt oder der Name. Ich kann das gleiche auch so machen. Ich sage von Doppelpunkt Lydia und würde dann eben die Nachrichten jetzt hier zum Beispiel von Lydia angezeigt bekommen. Ja, also ich kann auch hier oben diese Suchworte, diese Suchexpressions hinterlegen. Ich hinterlege in den Shownotes unten direkt die Links entsprechend zu einem Blogartikel, wo wir das nochmal genauer beschreiben. Dann für euch vielleicht ganz cool. Ich kann in einem Chat nach einer Nachricht suchen über die gleiche Methode. Also zum Beispiel, ich bin hier in diesem Chat und drücke jetzt die Tastenkombination STRG F wie Friedrich. Und dann lande ich hier oben und du siehst hier Schrägstrich suchen der Chat und jetzt kann ich innerhalb dieses Chattes suchen. Also tippe ich mal ein Chat und dann werden mir diese Nachrichten, I can chat in 10 minutes, angezeigt und ich kann hier jeweils direkt hinhüpfen. Übrigens an dieser Stelle sei erwähnt, Stand heute ist es auch möglich, mittlerweile hier Gruppen anzulegen in einem Chat und externe einzubinden. Nur als Hinweis für diejenigen, die es noch nicht wussten. Okay und die nächste kleine tolle Sache bei der Suche und Finden, da muss ich mir nämlich gerne überlegen, wo ich alles habe und ablege. Ich kann hier jetzt zum Beispiel bei Isaiah, kann ich hier rechte Maustaste, nach rechts fahren, nicht rechte Maustaste, sorry, die drei Punkte anklicken und kann sagen, diese Nachricht speichern. Hast du vielleicht auch schon mal verwendet und dann fragst du dich zurecht, wo ist die Nachricht jetzt eigentlich? Hier gibt es gar keinen Button und nirgendwo und ich finde die nicht und weder bei Aktivitäten. Die finde ich dann rechts oben auf meinem Profilbild und hier gibt es einen Menüpunkt, der heißt gespeichert. Und dort werden mir alle Nachrichten angezeigt, die ich gespeichert habe und ich kann dann direkt zu dieser Unterhaltung, Chatnachricht oder was auch immer, hier in dem Fall jetzt zum Beispiel, eine Ankündigung direkt hinhüpfen. Cool, oder? Zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick und zwar hat Microsoft ganz still und heimlich in einem Produktvideo uns gezeigt, wie die Suche in Zukunft aussehen könnte. Und dann sieht man hier schon mal, okay, in Development September und jetzt schauen wir hier mal kurz rein und da wird es dann tatsächlich interessant. Text, ich habe hier mal zwei Screenshots rausgenommen aus dem YouTube-Video, ich verlinke es auch unten. Nämlich hier sieht die Suche dann so aus. Mal schauen, ob sie mit ihrer Ankündigung im September Wort halten können. Spannend finde ich eben, dass zum Beispiel hier jemand oben nach einem Urlaubsantrag sucht und dann den entsprechenden Artikel direkt aus dem Wiki bereitgestellt bekommt. Also sogenannte angeheftete Artikel, so können wir ja das Wissensmanagement in unseren Unternehmen richtige Tobos verleihen. Also ich finde es genial, hoffen wir darauf, dass das noch kommt. Bis dahin die Suche mit diesen Filterkriterien und Suchworten verwenden. Blogartikel in den Shownotes, Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.